Zocker Andy Let's Play Herzlich Willkommen bei Zocker Andy Let's Play. Wir spielen heute State of Decay. Was machen wir heute? Schauen wir mal, hier hätten wir Materialien. Sollten wir machen, da ist auch ein Aussichtspunkt, dass wir ein bisschen mehr Übersicht hier haben. Habe ich das jetzt markiert? Ne. Hier hätten wir Überlebende. Oh, Haufen Überlebende. Ah ne. Hier haben wir eine Aufgabe. Was ist das? Triff dich mit Ray Jones. Gut, schauen wir noch mal weiter auf die Karte. Es gibt schon einige Aufgaben. Okay. Was ist das da? Gut, ich würde sagen, wir holen mal ein paar Baumaterialien. Das kann nicht schaden. Brauchen wir sicher. Schauen wir mal nach. Ähm. Ja, nicht nur das. Wir brauchen auch Munition. Und vor allem Futter. Wir haben kein Futter. Wir müssen überhaupt ein bisschen, äh, mal, äh, ich sag mal klauen, ne. Nennen wir es mal Ausleihen, ne. Haben wir noch genug mit? Uh, ne Waffe, Bräune, ne Waffe, ne Waffe, ne Waffe. Sonst wird das nichts. Ah, wir nehmen... Was ist am witzigsten? Ne, Golfschläger nicht. Wir nehmen die Axt. Hoppala. Hey, Moment mal. Wir wollen nicht alles. Ah, du Scheiße. Jetzt habe ich das alles herge... Ja, ich will nicht sagen geklaut, aber... Am Arsch. Ähm. Markus ist wieder... Gut, jetzt spielen wir den hier. Ist ja egal. Können wir den ein bisschen leveln? Ähm... Ich muss mich jetzt ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ich habe jetzt, äh, ein bisschen diese Batman-Steuerung drin, also... Seid nicht allzu streng, wenn ich hier ein bisschen Blödsinn drücke bei dieser Folge. Muss mich erst wieder angewöhnen. Gut, da unten ist es, da kann man zu Fuß gehen. Oder laufen. Und dann straffen wir ein bisschen was ein, ey. Wir brauchen dringend Materialien. Es ist stark, es ist nicht so schwer. Ja. Hat Zombies. Schauen wir uns mal dieses... Ne, gehen wir... Gehen wir weiter, gehen wir weiter. Da hinten ist das, was wir brauchen. Einmal in die Fresse für den Zombies. Der ist... War das einer von der Army? Ne. Sieht komisch aus, der Typ. Ja, ja, ist kein Problem, nimm dein Päuschen. Hier drinnen sollte Material sein. Ähm... Diesen Wegpunkt... Tun wir jetzt wieder weg. Ähm... Und... Schauen uns mal an, was es hier gibt. Äußerst hübsches Haus. Ist nicht hässlich. Sieht ein bisschen nach Weihnachten aus, aber okay. Hallo, jemand da? Niemand da. Niemand da. Niemand da ist schon mal... Oh! Ein Trottel ist da. Guten Morgen, mein Freund. So, jetzt schlechten wir uns an. Und dann... Bam! In your face! Hier gibt es etwas. Wir suchen... Hoppala. Ja, meine Tasten Kenntnis. Wie gesagt, Batman-Steuerung, aber es sollte gehen. Nach ein paar Minuten hat man sich sicher daran gewöhnt. Wir laden das auf. Wenn wir noch was finden, dann rufe ich Verstärkung, weil wir wollen ja alles haben. Gibt es hier etwas? Ähm... Nö. Sieht nicht danach aus. Ah! Da hinten ist was. Ist das denn... Ah! Hier kann man wirklich was mitnehmen. Oder? Nö. Ne, das ist Barrikade. Okay. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Er bewegt sich wie eine Schnecke, wenn er... wenn er was geladen hat. Schauen wir mal in die Kirche, was hier Feines gibt. Wenn es hier überhaupt was gibt. Ne, hier gibt es nichts. Vielleicht noch oben. Geht es da überhaupt drauf? Na komm schon. Ui, da kommt ein Zombie. Ein Army-Zombie ist das. So, hier gibt es nichts mehr. Hinter uns ist ein Zombie. Gut. Ein Bug. Geiler Bug. Aber deswegen kriegt er auch aufs Maul. Scheiße, ich kann den nicht... Ich kann den nicht treffen. Okay, dann geh mal lieber, bevor er mich treffen kann und ich... Ah! Oh! Mann, diese Ratten, ey! Mann, immer von hinten, ihr feigen Hunde! Dafür schnetzle ich euch jetzt extra! Oh! Sau, du! Mann! Ich so erschreckend, ey! Ey, da gehst du gemütlich hin, denkst du, da schaust du noch mal nach und dann kommen so die Pissenhelken von hinten, ey! Geht gar nicht! So, gibt es hier noch was? Nein! Also gehen wir! Und zwar auf laute Art und Weise aus Protest! Oh gut, das geht nicht! Ich komme hier nicht durchs Fenster, aber okay. Gehen wir durch dieses Fenster! Auf laute Art und Weise wegen Protest! So, weiter geht's! Nächstes Haus! Schauen wir uns diese Hütte an! Vielleicht gibt es da was! Ich will ja nicht sagen, ich habe nichts gefunden! Ich habe ja einen rum... Da will jemand spielen! Boah, bist du hässlich! Das sieht aus wie der Hailraiser! Bäm! Batsch! Bäm! Batsch! Bäm! Da bist du schon hin! Okay, weiter! Schauen wir mal, was es hier gibt! Uh, hier gibt es einiges! Da machen wir mal zu! Hier gibt es einiges! Ah ne! Lärm! 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 Lärm schlecht! Ah, die kommen schon! Ach du Scheiße! Ah, jetzt habe ich den Arsch offen! Ach, ich suche inzwischen! Ist ja nicht so, dass wir seilig haben! Ich beschleunige das immer ein bisschen mit... Ah! Oh! Oh! Du Scheißhaust du! Man, Tür zu! Es zieht! So, können wir jetzt weitermachen hier! Wir haben Waffen gefunden! Alles in Ordnung! So, dann suchen wir hier noch! Also, das hat sich auf jeden Fall ent... Die... Oh, nein! You are loud! Scheiße! Das... Jetzt kommen wir in die gleich! Aber ich ruf jetzt nur noch... Ah, das geht wieder nicht! Dann machen wir ihn dann freiwillig auf! Alter! Scheiße! 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 Das sind das alles! Ah! Oh! 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 Scheiße! 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 Aufstehen! Wir sind wieder da! Und das war jetzt aber knapp! Seit dem Patch ist es ein bisschen schwerer geworden! Aber ich finde das super! Weil es war wirklich so einfach am Anfang! Also es hält sich jetzt so, dass man wirklich auch ein bisschen auf... Oh! Scheiße! Scheiße! Dass man auch ein bisschen aufpassen muss! So! Habe ich jetzt endlich Zeit, dass ich mir eine Waffe nehme? Wir nehmen... Das will ich haben! Nein! 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 ihn doch schon wieder. Du bist so hässlich. Genauso hässlich wie der Fette. Okay, Leute, ich höre auf zum Singen. Ich verspreche es. Also der hat nicht viel Interesse an uns, aber wir an ihn. Wir müssen ein bisschen ausruhen. So. Was ist hier? Hier gibt es einiges, so wie das aussieht. Schauen wir mal. Nicht, dass der wieder aufsteht hier. Nee. Er ist friedlich. Oh, hier haben sie aber gewütet. Sieh was? Hier ist gar nichts. Nächster Raum. Muss es noch irgendwas geben? Farbe brauche ich nicht gerade. Ich will nicht mein Bude streichen. Hier gibt es etwas. Jetzt kommen sie schon wieder. Egal, hier schaue ich noch mal nach. Eine Puppe. Na, süß. Das lassen wir abholen. Sonst ist hier nichts mehr los. Ein Zombie kommt. Gut, den hauen wir noch aufs Maul und dann passt es schon. Dick. Oh, so ein Bullenzombie mit Schutzwitz. Aber das ist kein Problem. Die sind jetzt nicht so das Problem. Oh. Da will jemand spielen. So, dann schauen wir weiter ins Nachbarhaus. Wie gesagt, wir müssen einiges finden. Oh, gehen wir eine Runde schwimmen, Jungs. Jungs, Mädels. Das kann Wasser dringen. Das lassen wir dann. Na, hüpf. Hallo. Ah, ich bin total erschöpft. Wieder so mit Schutzweste und so. Aber ist kein Problem. Im Nahkampf gehen die schneller drauf, weil es einem lieb ist. Also wunderbar. Zwei Kampfstufen haben wir gekriegt. Also es hat sich ausgezahlt, dass wir mit dem hier ein bisschen rumwandern. Ich höre was. Ich höre was. Und es ist hässlich. So, kann ich jetzt hier weitersuchen? Und schon wieder. Hässlichen kleinen Sackhead. So, kann ich jetzt weitersuchen? Oder nervt mich jetzt wieder jemand? Das glaube ich jetzt nicht. Verpiss dich. So, kann ich jetzt? Danke, danke, danke. Das können wir nicht mitnehmen, aber das lassen wir auch abholen. Das geht ja nicht. Scheiße. Gut, dann erkunden wir das und warten einfach, bis jemand kommt. Oder bis jemand frei ist zum Kommen. Also die Waffe hier hält nicht so viel aus. Die ist schon beschädigt. Hier können wir ein bisschen trainieren. Sag mal, wieso kommen die Zombies eigentlich direkt zu uns? Die können mich doch nicht hören. Ich bin doch nicht so laut. Komisch. Ja, hier gibt es noch was. Ja gut, ein bisschen Lärm macht man anscheinend. Oh, hier gibt es einiges abzuholen. Da warten wir auf jeden Fall. Irgendwer klopft hier blöd. Hier gibt es... Gibt es hier was? Ne. Aber ein Zombie ist hier. Sorry Leute, ich meinte, ein Zombie war hier. Oh, was gibt es hier für eines? Da gibt es das Sicherheits, oder? Ne, gibt es nichts mehr. Nächster Raum. Aber hier haben wir fette Beute gemacht. Das hat sich in jedem Fall rentiert. Und da gibt es noch was. Also hier holen wir so einen Läufer hin per Funk. Und der kann dann kassieren. Oh, da gibt es ja wirklich alles hier. Das rentiert sich. Die Hütte ist... Oh ne, eine Zombieherde. Ne, das tut ihr mir jetzt nicht an. Wie war schnell die Taste für den Funk? Genau. Ja, sie kommen. Nice, hat hingehauen. So, jetzt schauen wir mal auf der Karte. Wir gehen jetzt nach rechts und... ...schauen uns mal die Umgebung da ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht... Oh, du Kleiner. Oh ne, ne Zombie. Ne, 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 ne. Wir hauen ab. Wir verpissen uns. Ah, scheiße. Ich brauche ne Karre. Oh, ne. Ne, ne, ne. Oh, scheiße. Ab zum Auto, ab zum Auto. Beweg dich. Alter, beweg dich doch. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Beweg dich. Geht ja nicht, der Arsch. So, jetzt geh, Alter. Geh einfach. So. Scheiße, ey. Was glaubt ihr hier, was ihr macht? Solche Pissnelken, ey. Komm mal her, du. Penner, du. Hast du nen Arsch? So, da war ich. Ja, ja, die Armee. Die Hilfs sind ja wieder mal voller Wäsche. So, da waren wir schon. Dass es hier ist. Oh, da ist mein Kumpel. Hallo. Begrüßt du mich nicht? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi, Let's Play. Tschüss. Tschüss. Ding DO! BIS 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 Untertitelung des ZDF, 2020